Bei der Verleihung des Prinzessin-von-Asturien-Preises am 25. Oktober zeigt sich die spanische Königsfamilie wie gewohnt stilsicher. Prinzessin Leonor und König Philippe treten im eleganten Hosenanzug-Partnerlook auf. Philippe setzt mit einer blauen Krawatte farbliche Akzente, während die 18-jährige Thronfolgerin im edlen All-Black-Look erscheint. Ihre Schwester, Prinzessin Sophia, entscheidet sich für einen schicken Jumpsuit, den sie mit einem goldenen Blazer stylisch kombiniert. Doch der wahre Hingucker des Tages ist Königin Letizia. In einem atemberaubenden One-Shoulder-Kleid von Carolina Herrera, verziert mit markanten XXL-Rüschen, zieht sie alle Blicke auf sich. Das Schwarz lässt das Design in den Vordergrund treten. Dazu trägt die 51-Jährige ihr liebstes Schuhmodell, klassische schwarze Slingbag-Pumps. Ihr Outfit vollendet sie mit elegantem Schmuck und einer kleinen edlen Handtasche.